Schlimmig. Ah, der Nöffel. Hm, schau dir mal. Ne, das war's. Mach mal F. Oh, Alter. Du wechselt das Magazin, Alter. Ja, F. Gut, dass wir kein BVP hier haben. Ja. 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 Mit dem F, mit dem E. Ja, das musst du umstellen. Unbedingt. Zack, erläuft's. Ja. 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 Boah. Ja. Der Idiot hat das erst mal aus dem Seklo-Container genommen, Alter. Ja. 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 Ja, das läuft doch gut. Easy. Ja. 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 Ja, warum nicht? Ja. 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 Ja, super, nehmen wir mal. Sauber! Ja. Ich wüsste nicht, ob er es geduckt hat oder nicht. Hinter dem komischen LKW-Tor den Kleen. Ich glaube, den hast du fertig gemacht. Ich sehe nicht. Hier liegt einer. Ja, hier liegt er. Der hat direkt in die Fresse gekriegt, Alter. Hier eine AK-74M. Eine fette Weste, Alter. Hau die Packer weg jetzt hier. Nee, die hau ich nicht weg. Ich brauche eine AVS. Geil, die nehme ich mit raus. Kommen die Packer weg, ja. Er hat keine Munition gehabt für seine Waffe. Also, wir haben eine Tasche vielleicht. Level 3. Rezip. Geil. Ja, siehste, du musst... Kommt da noch was gerannt oder rennst du? Nee. Ich steu den Teil raus, ja. Her! Weg ist er. Verzeugt, Kapteur. Ich probiere mich mal auf den Pischen, ja. Wieso? Wiss ich nicht, aber ich habe noch eine andere Waffe hier. Guck mal, was sie machen. Wir haben doch hier jede Menge Spaß. Was? Kommt einer von hinten? Ja. Na komm weiter. Will ich eigentlich? Der kneift. Der kneift. Hast du? Mhm. Okay. Der hängt mir auf. Der fehlt mir halt. Bei mir liegt der. Ist komisch so, dass er so unterschiedlich immer ist. Wie auf die Knie. Der hat mir den Arm weggefickt. Mhm. Der ist ein Armficker. Oh, TV-Festhalber. So, jetzt bringen wir Tequila um oben in seinem scheiß Büro. Das bringt uns um, das fliegt uns zusammen. Am Schreibtisch wird er. Eingerichtet. Hehehe. Oh, das ist noch die Kippe, Alter. Ich werde bloß noch irgendein Magazin einschicken. Da ist so. Wie viel ist hier drinnen? Haben wir wirklich nicht hier. Oh, ne, das geht doch. Nein. Das ist nicht für Munition. Wie war das? Besteuerung. B. Was denn? Ne. Was? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. schmeckt dir nicht so wie sie aussehen und so weiter ich hänge hier drin in dem scheiß Loch alter kommen wir doch raus ich bin hier reingerutscht kommst du raus hier ran rechts rum irgendwas hat mir an den Rücken geschlossen was ist denn die Beine, warum ich bin hier ich bin hier ich bin hier Schau! Die Waffe haben wir hier auch mal. Brauchst du noch so ne weiße Zabeine vor die Ammo? Ne, ne, habe ich schon abgegeben. Ja, die habe ich drin. Die ist schon hier noch. Na, jetzt geht ich noch ran hier. Nur Schiss, Alter, du hast echt nur Schiss. Das gibt es ja gar nicht. So, das habe ich noch nicht erlebt. Echt nicht, oder? Naja, du rennst mir nur hinterher. Schreib mal vor, da ist der. Dann gehen wir mal vor und bringen ihn doch mal rum. So, ich bin tot. Wo war denn der? Da oben auf dem Abmarsch. Da muss er ja runtergeschossen haben. A-Shot-Hook. Ja. A-Shot-Hook, Junge. Hm. So. Du kannst halt die AVS mit rausnehmen, wenn du willst. Guck, ich platz mir. Ne, mein Rucker tut. Du machst keine Ahnung. Ich hab viele großen. Blackboard. Ich monster glaube ich. Ja. Mach doch gar nicht so super gut. Wenn das überhaupt nicht maximum ist und gibt es ja, geht. Danke.